Was ist das Bob Dylan? Wo ist das Bob Dylan? Er ist noch ein Fuss, ja? Wer ist Bob Dylan? Deutschland. Das Mühler ist das Auto auf www.mühlernefachabillett.ro Das Mühler hat Dürrenbach Dürrenbach sich spitze ich mir hier. Es ist ein Fass. Es ist ein Fass. Von der Brüche? Bist du ... Brüche, aber ... ... dann ... ... dann bei Beleexter. Puh, die Papa D подготов! Ja ... Da, ... ... dann ... ... dann ... ... dann ... ... das ... Und das war ein bisschen, ich habe ich mich zur Verkennen. Und dann ... Aber ich habe mich dann auch nicht, oh, 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 oh. Und dann haben wir das noch nicht. Und dann habe ich gesagt, dass ich den Badigal so wollte, dass ich bin, um die Exel in den Brate. Und dann hab ich den Badigal, gesagt, dass ich ihn für die Angelegenheit verraten. Und dann hab ich ihn mit ihm gesagt. Das war ich dann! Das ist doch auch nicht so lecker, weil ich auf deine Mutter will nicht so lecker! Hey, will ich den Margovid? Ich sage mal, wenn ich eine Spekulere nicht mehr schaffe bin, kann ich mir das. Ja, ich gebe dir was, wie viel kommt? 2000 Jahre! Ich bin schien, ich bin so lecker! Ich bin so lecker, ich bin so lecker! Ich bin so lecker, ich bin so lecker, wenn ich so lecker. Bäh, cintau, bäh! Bäh, ești nebun! Poliția! Poliția! Ce faci, Bânta? Poliția! E frumos! Eram 150 de lei, dar că-l luam de la casă. Ia, scat-o, și faci un maratona cu mine, băi! Portugheza! Ești o men! Suma-te-n, e concertul, bopilau! Da, mersi! Mersi, unul mult! În timp ce Dani se pregătește pentru următorul joc, ce se numește Teleshopping.